Heute öffnen wir Adventkalender Türchen Nummer 4 und wir machen etwas, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Wir reagieren auf ein Video und stellen uns die Frage, warum du keine Sneakers kaufen solltest. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst einen Daumen nach oben da und abonnt. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Und vor allem ist das auch so ein bisschen so ein Try to Dezember für mich, denn ich versuche tatsächlich auch viele Sachen zu machen und möchte mal gucken, was bei euch am besten ankommt. Also wie immer sagen, abonniert gerne und let's go. Also wie immer sagen, abonniert gerne und let's go. Kennt ihr diese Werbung noch? Besser, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Besser, Snickers und der Hunger ist gegessen. Ganz klar, wer kennt das nicht? Nach 20 Jahren versorgt das amerikanische Unternehmen Mars Incorporated die Welt mit Snickers. Und von Beginn an waren vermutlich Kinder an der Herstellung beteiligt. Nicht als Testesser, sondern als Arbeitssklaven auf einer der unzähligen Kakaoplantagen in Westafrika.